also lass dir von deinen freunden helfen wir sind jetzt beim steinbock bieter und unterstützung im sie an also was ich hier merken ist dass du von dem die frisch getrennt hast steinbock und du hast mir das alles zu verdauen was war du hast mir vorwärts zu gehen du hast mehr rauszugehen du brauchst eine zeit für dich alleine du willst alles alleine mit dir ausmachen das ist nicht gut für dich ja gehen bisschen raus leute die du vertraust unternimmt was ja du kannst nicht nur zu hause bleiben und vergangenes denken und da schmoren ja raus weil dann wenn du so weit bist klar jeder jeder mensch ist unterschiedlich wie er mit der situation im leben umgeht aber geht es unter die leuten ja und da wenn du nicht erwartet kommt jemand auf dich zu steinbock jemand neues auf der schnellsten weg wird wird es wieder passieren und wenn es was wenn du so weit bist ja aber mach langsam nichts überstürzen und ich möchte wissen warum du dich so leidest du leidest noch darum ja du leidest noch aktiv werden was habe ich gesagt die ganze zeit graus und ja geraus und unternimmt was und dann kommt diese jemand auf dich zu ja alles alles gute